da haben wir nix außer steine und gräber da drinnen werden sie euch pass auf da gehe ich außenrum da können wir lieber von der seite doch der krieger nein es geht erst los so gott ich glaube das ist zu vieles gut und ich bin gleich tot schnell weg da sie bringen mich um und ich glaube ich habe nicht gespeichert er hat meine heilung roda da waren die wieder teufel hinter mir da kann ich mich nicht auf der tochter feststellen und da die werden blöde ob schießen acht davon hat scheiße ich konnte nix einfach klettern jetzt werde ich vielleicht oh gott ich würde gerade sagen über das tochter springen und dann runter ballert au in die enge getrieben ich habe jetzt du bist doch gescheert sind die gemein so typisch orks oh verbrannt und wir und dann hat er nur schnapps dabei deswegen hat der so brennt vielleicht sollte umsteigen auf normale pfeile und dann habe ich schließlich tausend stück entdeckt dieser schlinge geh her kumpel zweikampf wir echte männer oi linkt du dir schon na man seht schon da sind zwei profis am werk nur er war ein dick langsamer krieger elite krieger den habe ich nicht so gern gell jetzt wenn ich vielleicht umspringen komm ich darf ich schau ich das oh gott bleib oben oh ich war im feld fällt her ok bin gut gleich bin ich des todes gleich bin ich des todes aber dieser blöde feld her gell der wirft mit feuerbällen um sich hey was bin du überrascht da war nix ein gezielter treffer noch wow gut pariert und jetzt habe ich ihn kastriert mühlenstein wo ist du mit dem das ist zu schwer für mich moment wachwaffen da unten ist auf jeden fall der feldherr ja sag ich mal was hat da nieren sauber feuerkelche habe ich schon achte geil eine lanze aus reiner energie schrecken ein feuerball den lege mal pass auf auf die neuen elite krieger das mann ist der übelste von ollen oder am dach haben wir das nicht so gut da schießt er mich runter dieser hund hinten rum da ist er wieder der krieg oh gott sind noch so viel und eigentlich möchte ich ja mal wieder in den pausen lenke wir sind schon eine weile unterwegs schamane das ist der zauberer der dauernd die feuerbälle schleudert kennt er sich aus dieser hund jetzt wenn der ohne mit geht hat kann er den umbringen ja du aus jetzt habe ich ihn schon gut geschwächt jetzt machen wir klein holz gleich das ohne weniger du oder ich ohne stirbt halt war nix aber das war dein verderben und ich steig bald wieder auf schön da sammelt ich einiges nicht nur gold ich liege die krieger Moment einmal jetzt wieder was dringend zur guten verdauung auf jeden fall haben wir zwei weitere ausgeschalten das heißt es sind nicht mehr ganz so viele wer kommt denn als nächstes der krieger eigentlich braucht ihr das einen pfeil oder wie der rambo woher kommt schon scheiße blöd schau den jappi gelähmt dieser hund scheiße jetzt kommt der schamane diese blöde sau dieser schamane hat mich mit seinem eispfeil drauf dadurch bin ich langsamer geworden ja wo ist denn der ja du feige schwein jetzt ist er fällig das war ein letzter feuerball das macht er nie wieder so seht ihr das wieder ein paar angewaffen und der schamane hat ebenfalls was dabei vielleicht hat er irgendwelche zauber sprüche dabei auch schön ein grausamer tod aber so ist es heute gespeichert ein krieger und irgendwo tummelt der feld herum gell die braucht man den doch ja der hund speer ja gut schade das hat noch so viel mindestens fünf stück da hinten ist er jetzt haue ich ab da fällt der kommt ich weiß nicht nein der hintere ist das da ist er der zarag oh der bruder vom zoro ja du pfeife auf jeden fall dieser halt fällig deine schreckensherrschaft findet ein ende jawohl ein treffer noch und gute nachkuppel der hat hinter sich das heißt es bleiben gerade noch drei also in anführungszeichen gerade noch drei wir haben nämlich schon einige Orts erledigt und darunter waren gerade zwei Feldherren und fünf ist ein sei das heißt es wird noch ein steiniger weg so besser jetzt knüpfen wir warte mir spät dieser schlawiner tot der ist noch nicht ganz so tot aber gleich warte mal mal drauf geh da zwei mit zwei sperren kann ich das lock aufnehmen glaube ich zumindest oh gott was sieht mit meiner energie aus schön da wird mein energie schweizung weiter jetzt hätte ich mal die durfer bluten schweizung ach so der doktor sperr wird auch kohle dabei und wer hätte es gedacht noch mehr späher und ein krieger das heißt ich knüpfe mir den späher vor das ist der erste der umfeld versteckung das schwein war mein bein so da liegt sie mir flach und da da hinten da bin ich wieder und du bist wickert sag das die leichen werden mehr aber die wachsen nicht weniger aus muskelzuckungen wie schaut das da erinnert aus und da haben wir auch nichts schau mal da eine Weinpresse geil schauen wir mal da ne ein thron na gut so kleine ketten ein thron sagt das jetzt sitzt aber davon habe ich nichts die welt wird sie nicht losretten da muss ich ein bisschen noch helfen abgebrochen du reichst ja verdammt erzrohling geil davon sind noch weitere und da ist die brücke das heißt ich werde erst einmal da rum aus säubern speer elite krieger das heißt stärker eine mordsärger ich hoffe sie greift von hinten noch glaub nicht so recht der bauer ist weg jetzt bock über den springer wir machen das wie bei schock wir nehmen erstmal die schwächsten figuren weg hat da steht eine gesellschaft dieser elite krieger jawohl scheitlzungen ja schön mit der anbrust kann der das scheinbar nicht er tut die ganze zeit noch lange schön aber schießen tut er nicht oder er trifft gerade nicht ja kumpel wie schaut denn aus zweikampf wollte ich nicht sehen ein faires angebot okay da ist eine chance ich guck ich schreit denn muss das ist das ist das ist ich guck du das ist ich guck das ist